Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 268. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, kleines Corona Update ist es wirklich nur sehr klein. Mir ist nämlich was aufgefallen. Und zwar war ich am vergangenen Mittwoch, also am Tag vor Himmelfahrt, mithin am Tag vor einem Feiertag, das macht das Ganze noch schwieriger, in einem Supermarkt. Und das ist wenig überraschend, da waren noch andere Leute und zwar eine ganze Menge von denen. Mir ist aufgefallen, dass jetzt, wo alle eine Maske tragen müssen, hat sich doch einiges verändert. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich den Eindruck habe, dass ich mich langsamer bewege, wenn ich eine Maske aufhabe, dass ich länger brauche an der Kasse, um meinen Kram wieder in den Wagen zu räumen, nachdem der gescannt worden ist. Mir ist aufgefallen, dass es allen so geht. Weil also offensichtlich alle Menschen mit Maske ungefähr 47 Prozent langsamer laufen. Und obwohl das Sichtfeld nicht eingeschränkt oder nicht erkennbar eingeschränkt ist, offensichtlich mehr als 70 Prozent weniger wahrnehmen. Das ist total krass. Also natürlich gibt es da immer Leute, die erkennbar überfordert damit sind, jetzt eine Maske aufhaben zu müssen und wie das alles ist und bla bla bla. Aber es gibt eben auch solche, die einfach noch unbedachter durch die Gegend laufen und noch weniger von der Außenwelt um sich herum mitbekommen. Das ist total spannend. Du läufst da durch den Laden und wirst fast umgerannt von Leuten, die irgendwie in eine ganz andere Richtung gucken, weil sie, ja weiß ich auch nicht, weil sie vielleicht mit der Maske jetzt auch vergessen haben, wo war jetzt in den ganzen Saftregalen nochmal der Saft, den ich haben wollte und gehen dabei weiter, gucken aber nicht nach rechts und nach links und laufen gegen dich. Es ist genau so passiert, aber mein Gott, ich will ja auch nicht, will ja auch nicht meckern oder irgend sowas, ist ja Quatsch. Worüber ich tatsächlich meckern wollte und was habe ich auch schon gemacht, diese Woche war ich auf Rauchmelder Schnitzeljagd. Wunderbar. Es war irgendwie nachts um kurz nach zwei, als ich sowieso zwischenwach war. Keine Ahnung, weswegen. Kommt immer mal vor, eigentlich fast jede Nacht, dass ich wach werde, weil ich, keine Ahnung, wahlweise auf Toilette muss, was Schlechtes geträumt habe oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. In diesem Fall war ich, hatte mich gerade wieder hingelegt und hatte mich gerade wieder, hatte gerade so diese perfekte Einmuckelungsposition gefunden. Ich lag genau richtig, die Decke war genau überall da, wo sie sein musste und ich war eigentlich genau jetzt in dem Moment bereit, auf dem Handy den Podcast zu starten, den ich zum Einschlafen höre. Und dann hörte ich dieses Geräusch. Und ich habe mir gedacht, nee, da kümmerst du dich jetzt nicht drum, das reicht auch morgen noch. Und dann bin ich halt doch aufgestanden und habe erstmal natürlich mich geärgert, dass sowas überhaupt immer nur nachts passiert. Und habe dann also mir einen Bademantel angezogen, Licht angemacht und bin zu dem Rauchmelder gegangen, den ich im Verdacht hatte, nämlich der, der am nächsten an der Schlafzimmertür war. Bin auf die Leiter geklettert und stelle fest, als ich gerade dran war, hörte ich es wieder pingen und es war definitiv nicht der Rauchmelder, an dem ich dran war, sondern es kam von unten. Gut, okay, dann die Leiter wieder zusammengeklappt, bin nach unten gegangen, habe da Licht angemacht, bin zu dem ersten Rauchmelder gegangen, den ich gesehen habe, der direkt an der Treppe steht, hängt, kletter auf die Leiter, mach den ab und sehe die Batterie, die ich bei unserem Einzug da eingelegt habe. Und da fiel mir ein, ach ja richtig, kurz nachdem wir hier eingezogen sind, hatte ich mal eine ähnliche Situation und habe dann einfach alle Rauchmelderbatterien ausgetauscht. Also habe ich gesagt, kann das ja keiner hier in der Wohnung sein. In dem Moment machte es wieder pingen und es kam irgendwie von hinter mir, so viel konnte ich sagen. Das Problem an diesem Geräusch ist ja immer, es ist kurz genug, dass du es gerade nicht lokalisieren kannst. Es ist aber auch laut genug, dass du es gerade nicht ignorieren kannst. Das macht mich fertig an diesem Geräusch, es ist furchtbar. Gut, also dann kann es jetzt eigentlich nur noch der sein, der im Büro von meiner Frau hängt, weil der natürlich technisch gesehen nicht zu unserer Wohnung gehört und auch nicht meine Baustelle ist. Aber ich bin da ja Kumpel, bin schon gewundert, warum der so laut pingt, dass ich den bei uns im Schlafzimmer hören kann. Das ist doch im Moment weg. Und bin da hingegangen und ich war noch nicht richtig da. Da hörte ich schon, nein, es ist ein anderer. Das kann ich angehen. Habe in der Küche geguckt, da ist keiner. In der Abseite neben der Küche ist auch keiner drin, was schon interessant ist. Im Wohneszimmerbereich ist keiner, weil da auch der Kamin ist. Das gäbe eine Menge falschen Alarm wahrscheinlich. Jedenfalls war dann noch in dem einen unteren Zimmer, war auch noch was. Da hochgeklettert, auch abgemacht, auch eine frische Batterie drin, verflucht nochmal. Das kann doch nicht angehen. Da muss er ja oben sein. Ich weiß, dass wir im Keller keine Rauchmelder haben. Tatsächlich, ich gehe die Treppe hoch und in einem dieser der Räume, die da direkt angrenzen, an denen ich schon dreimal vorbeigelaufen war in dieser ganzen Aktion, da kam ein Ping her, ein ziemlich lautes. Ja, und tatsächlich, das war der eine, den ich übersehen hatte. War auf der Batterie noch fein säuberlich ein Aufkleber drauf. Juni 2011, das letzte Mal gewechselt. Also der darf jetzt dann auch leer sein. Naja, und entsprechend habe ich erstmal als Akutmaßnahme gesagt, naja, die Brandgefahr ist gerade nicht so hoch. Nimmst du mal nur die Batterie raus. Denn natürlich hatte ich auch keine vorrätig, ist ja klar. Und habe entsprechend dann erstmal das Ding zur Seite gelegt und habe gleich als erste Amtshandlung des nächsten Tages dem Supermarkt hier an der Ecke einen Besuch abgestattet und eine neue Batterie gekauft. Und habe mir auch einen Kalendereintrag gesetzt für in sieben Jahren. Wenn wir dann noch hier wohnen, dann werde ich daran erinnert, dass ich die Rauchmelder alle, und ich habe auch wirklich alle Räume draufgeschrieben, weil ich echt schlau bin, dass ich in allen Räumen zumindest mal die Dinger von der Decke hole, mal nachmesse, wie viel Saft ist denn da noch drin, um dann abschätzen zu können, wann sich vielleicht einer meldet. Und vielleicht habe ich ja Glück und es hilft dann insofern, dass ich nicht nachts nochmal raus muss, sondern dass die sich vielleicht dann vormittags melden. Oder ich erkenne das vielleicht vormittags. Mal gucken, wäre ja toll. Naja, abgesehen davon bin ich vollkommen, vollkommen tiefenentspannt, weil ich wieder ein paar Tage in unserem Wohnwagen verbracht habe. Ich erwähnte das. Wir sind jetzt unter die Dauercamper gegangen. Es hat sich tatsächlich nochmal ein bisschen in Anführungszeichen verschärft, denn der Platzbetreiber hat uns jetzt mit unserem Wohnwagen-Spülwasserabfluss an seine eigene Abwasserleitung angeschlossen. Also normalerweise liegt da ja so ein Plastiktank, wo das dann so reintropft und dann muss man den alle paar Tage leer machen. Und diese Arbeit haben wir jetzt nicht mehr, weil das sofort in die Kalonisation geleitet wird. Das ist also auch tatsächlich so ein bisschen emotionales Ankommen im Dauercamper-Leben. Aber mehr dazu gibt es dann im Camping-Caravan-Podcast, den ich schon weitgehend, also meinen Teil davon habe ich schon weitgehend vorbereitet. Wir haben auch schon einen Termin, also da kommt jetzt dann bald demnächst was. Genauso übrigens wie beim High-Alarm-Podcast, da war ich auch ganz, ganz fleißig. Also tatsächlich merke ich, dass ich in solchen tiefen Entspannungsphasen, in denen ich einfach im Wohnwagen sitze und nichts weiter zu tun habe, als mich nicht wund zu liegen, dass ich da tatsächlich so eine gewisse Produktivität an den Start kriege. Also ich habe da den nächsten Film vorbereitet und kriegen dann auch tatsächlich mal O-Töne. Die werde ich jetzt dann noch rausschneiden diese Woche und dann können wir hoffentlich in der Woche nach Pfingsten aufnehmen, wenn alles gut läuft. Da kommt also auch noch was und ich habe so ein bisschen, ja, so unter der Motorhaube der ganzen Podcast-Blogs gearbeitet, habe also ein wenig an der Darstellung von den sogenannten Kontributoren, den Beitragenden gearbeitet. Das sieht jetzt alles ein bisschen hübscher aus und ist vor allem nicht mehr, basiert nicht mehr auf so einer HTML-Tabelle, das soll man ja sowieso schon seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr machen, Tabellen benutzen, um irgendwas zu strukturieren, weil das für Screenreader nicht funktioniert. Denn die gehen davon aus, dass eine Tabelle immer irgendwie was mit mathematischen Werten zu tun hat, ein Kalender, ich glaube noch nicht mal ein Kalender ist eine Tabelle, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das semantisch nicht so gut, eine Tabelle zu benutzen, deswegen mache ich das jetzt anders und ich finde, es sieht auch viel, viel schöner aus. Das könnt ihr euch zum Beispiel auf einem beliebigen Podcast-Blog angucken, das von mir betreut wird, zum Beispiel beim High Alarm Podcast, wo wir demnächst eine neue Episode veröffentlichen können. Das, ja, also ist, letztlich ist das so ein bisschen, hat das auch mit Spielerei zu tun, wollen wir ehrlich sein. Aber es sieht einfach schöner aus. Da kommt es ja im Zweifelsfall auch drauf an. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis hier die nächste Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.